Ja und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. PC-Teile kaufen machen wir heute. Wahrscheinlich nicht alles an einem Tag, weil ich nicht an einem Tag überall hinfahren kann. Aber es wurde ein Gaming-PC inseriert, Anzeige packe ich hier hin. Da kann vielleicht drinstehen, schon verkauft, weil ich mich gut kenne und weil ich gerade keinen Screenshot gemacht habe und er das schon mal reserviert hat oder sowas. Ich lasse mich überraschen, ich finde, das geht wohl, oder? Ich meine, die Karte gibt es für, sage ich mal, ich glaube 85 Euro war das günstigste, was ich gesehen habe. Board und CPU. Ja, ich glaube, das passt wohl. Und dann, wenn ich Glück habe später, gibt es auch noch Arbeitsspeicher. Ich habe tatsächlich schon etwas anderes einmal gekauft. Da habe ich auch schon was draus zusammengebaut. Ist irgendwie so ein cooler Master-Gehäuse. Ich erzähle euch dazu später mehr. Ich will jetzt losfahren und das Teil abholen. Bis gleich. Jo, und dann bin ich auch mal wieder da. Ja, den Zeitraffer, den wir gerade gesehen haben, wenn ich überhaupt einen eingefügt habe, der passt nicht zu dieser Fahrt, lag nur daran, dass die GoPro gerade nicht einschalten wollte. Aber jetzt tut sie das wieder. Wir haben noch 88% Akku auf dem Teil und die Lösung war einfach, den Akku rauszunehmen und wieder reinzustecken. Ja, sorry. Handy kann ich nicht nehmen zur Aufnahme, weil ich den Handyhalter nicht im Tiguan habe und das Handy habe ich zum Navigieren gebraucht. Also, warte, das müsste trotzdem gehen, weil das Navi im Auto angezeigt wird. Habe ich noch nicht ausprobiert. Naja, also einmal dieser PC und den Arbeitsspeicher, den habe ich hier ganz, ganz schlau in meinem Quittungsblock transportiert, damit der nicht durchs Auto fliegt. Und ich habe mir schon öfter mal gedacht, dass ich einfach ein, zwei Kartons im Auto haben sollte oder eine Tüte für sowas, damit das nicht im Auto rumfliegt. Aber habe ich bis jetzt nicht gebraucht. Und den Arbeitsspeicher, ne, den habe ich tatsächlich auch bei dem Verkäufer gekauft, der dieses Gehäuse hier offeriert hat bei Ebay. Das ist irgendwie ein cooler Master QL300 oder QL500. Ist zwar Micro-ATX, aber ich finde das ganz sweet so eigentlich. Ist aber schon fertig zusammengebaut mit, naja, Hardware, Beleuchtung. Und hier hinten, ne, da hast du locker so viel Platz für das Kabelmanagement. Also, ne, einfach Deckel drauf und zuschrauben, ohne dass man da großartig drücken muss. Das war richtig schösch. Der hier ist auch fertig, langweilig, leuchtet. Der, warum leuchtest du eigentlich? Wohl noch im Standby-Modus, wa? Für den Arbeitsspeicher 2x8GB DDR3 habe ich 30 Euro bezahlt. Ich denke, das ist okay. Also, mir sagte letztes Mal jemand, mit dem ich geschrieben habe, der hätte für 150 Euro 4x8GB DDR3 gekauft. 1600 Megahertz. Neu. Ich habe ihm gesagt, nein, sowas bezahlt man nicht. Also üblicherweise für 32 GB habe ich ihm gesagt, ja, 50, 60 Euro plus minus würde ich dafür ausgeben. Und wenn das irgendein übertakter, hammer, mega, super, duper RAM ist, dann würde ich das auch nicht auskosten. Weil ich, glaube ich, nicht jedem irgendwie solch einen Arbeitsspeicher schmackhaft machen kann. Aber ja, Komplett-PC. Dieser hier, 220 Euro, sieht, glaube ich, ganz in Ordnung aus. Könnt ihr mal schauen. GTX 960, 4 GB. Das ist sehr schön. Ein bisschen Überraschung hier. Netzteil ist von Cooler Master. Und der Verkäufer, der war richtig putzig. Also, ich habe gerade meiner Mutter auch gesagt, ja, der Verkäufer war putzig. Und dass ich mich dann noch vorgestellt habe, oh, du bist ja putzig. Nein, aber der war richtig nett gewesen. Der hat mir das Teil quasi erläutert. Hat gesagt, ja, das Teil ist nur irgendwie ein halbes Jahr hier drin. Hier sind noch zwei Kabel drin für die Festplatten. Apropos Festplatten. Hier sind solche Schnelllöseteile. Grafikkarte von einem Jahr Wärmeleitpaste gewechselt. Arbeitsspeicher ist, glaube ich, ein bisschen langsamer. Aber ist wohl okay. Ich würde ja auch wohl einen anderen eben holen. Aber blablabla, blablabla. Ja, das Main Mode ist auch super toll. Kannst du drei Grafikkarten draufpacken. Da haben wir auch die Möglichkeit, Fehlercodes auszulesen. Anschlüsse hier hinten. WLAN-Karte ist auch dabei. Ein bisschen sauber machen könnte man machen. Aber es gibt ja auch Leute, die nicht auf RGB stehen. Da wird das Teil wahrscheinlich hier ein bisschen länger rumstehen. Deswegen würde ich behaupten, ich inseriere das einfach mal so für natürlich ein bisschen mehr. Oder packe da eine andere Grafikkarte rein. Jo, nächster Tag. Und natürlich mal wieder mit dieser obligatorischen Strähne. Ich frage mich, was passiert, wenn ich die abschneide. Ich glaube, dann fällt in China ein Sack Reis rum. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Jedenfalls habe ich vor, heute drei Leergehäuse abzuholen. Zwei davon kosten 30, eins kostet 25. Das für 25 kommt aus Nordwalde. Der Verkäufer hat aber noch nicht geantwortet. Und das andere kommt aus Gronau tatsächlich, die beiden. Ich gucke hier schon die ganze Zeit, bis es so weit ist, bis ich losfahre, ob da noch irgendwas Cooles dabei ist. Aber Silver Creased? Heißt das nicht Silver Crest? Tatsächlich. Da ist jemand zu blöd zu lesen, was auf dem Karton steht. Oder eine 8 Terabyte Festplatte für 10 Euro? Das glaubst du wohl selber nicht. Ach, das soll so eine SSD sein von Wish. Ja. Also wenn man das schon dazu schreibt, dann vermute ich mal, dass da ein 16 Gigabyte USB-Stick mit Heißkleber reingeklebt ist. USB 2.0. Hier steht USB 3.0 drauf auf dem Ding. Und dann gib ihm. Ein Dreibein-Stativ. Ja. Gibt es auch ein Zweibein-Stativ für Kameras? Wie willst du dir das vorstellen? Das steht doch gar nicht von alleine. Eigentlich wollte ich sagen, ich will nicht nach Münster. Da gab es zwar eine Grafikkarte, aber erzähle ich später. Ich hatte mich da für einen PC inseriert. Irgendwie 130 Euro für ein i7-4770, 8Gramm, GTX 760. Ja, irgendwie so ein Teil von Medion. Und da stand dabei, für 130 Euro kriegt man das, wenn man es heute noch abholt. Das war vor drei Tagen. Jetzt hat er geschrieben, ja, Handy war kaputt. Und ich habe ein Bild vom Inneren gekriegt, weil ich eben wissen wollte, aha, war das irgendwie so ein kurioses Netzteil. Aber das ist hier ein ganz normaler 24-Pin-Anschluss, deswegen kann man das Teil so auch benutzen. Und ich gucke mal, ob dieses Modell eventuell eine SSD verbaut hat. Wenn dem nämlich so ist, dann hole ich das ab. Ich habe tatsächlich recht behalten, da ist eine SSD drin, die hat aber 24 Gigabyte. Also entweder verkaufe ich die, benutze die später für irgendeinen älteren Laptop. Oder ich sage bei der Installation, Standardinstallationspfad für Programme ist dann eben auf der zweiten Festplatte, die dabei ist, 1 Terabyte. Oder man benutzt das als Cache, kannst du glaube ich auch machen. Da muss man aber nicht nur Standardinstallationspfade umstellen, sondern auch eigene Dateien, Downloads am besten. Ob sich das dann zeitlich lohnt, weiß ich nicht, aber ich will das Teil haben. i74770, 8GB, GTX 760, Netzteil dazu, 1 Terabyte Platte für 130. Ja, das geht wohl. Ich will das Teil haben und deswegen wird das jetzt gekauft. Ja genau, deswegen mag ich Roller nicht. Also die sind bestimmt cool, aber du setzt dich da rauf und dann erstmal... Ja, Gehäuse habe ich gekriegt, ist auch noch komplett neu. Da haben sie mir gesagt, weil ich erst vermutet habe, weil das ein Micro-ATX-Gehäuse ist, dass man vielleicht das falsche Mainboard dafür hatte. Aber haben sie gesagt, ja, nee, mein Mann, der wollte da irgendwas anderes haben. Ich habe mir gerade extra vorgenommen, mir ganz viel Zeit zu lassen für die Fahrt. Auf der Bahn mit 120, das bin ich gar nicht gewohnt. Ich bin trotzdem eine Minute eher angekommen. Also wahrscheinlich, weil ich für den Tag ein bisschen Ruhe brauchte, aber... Nee, das macht keinen Sinn zu sagen, ja, ich will ein bisschen Ruhe und dann fahren wir erstmal ein paar Kilometer durchs Land. Fahren wir jetzt weiter zu dem anderen Gehäuse, das ist auch hier in Gronau. Und der Verkäufer aus Münster hatte dann gefragt, ob ich wirklich vorbeikommen würde. Also, muss ich mir Gedanken machen? Ich weiß nicht, wir gucken. Ja, bestimmt richtig komisch, mich mal außerhalb des Kellers zu sehen. Ich würde immer empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man einen PC oder ein Gehäuse abholt, das da hinzupacken. Ich habe, glaube ich, mal einen PC abgeholt, hatte den da hinten drin und dann musste ich ziemlich hart bremsen. Und war im Golf gewesen, im Kofferraum ist ein Subwoofer, da passt das Teil wahrscheinlich so gerade rein und zerkratzt sich immer. Hinten auf der Rückbank oder vorne wäre es, glaube ich, durchs Auto geflogen. Also hier ist das am safesten. Und ja, da ist ja noch das Zeug, was ich schon seit einer Woche hier rausräumen muss. Liegt aber dran, ich habe zu Hause noch Bier und ja, das kommt aus Holland oder so. Ich versuche mal auf dem Weg noch was Essbares zu finden, ansonsten ist das eher zweitrangig. Bisschen schmutzig hier, aber ja, dann nenne ich das Ding eben auch Mr. Blue. Ich glaube, ich hatte gerade noch vergessen, eine Sache zu erwähnen. Also es gibt ja hier in Deutschland, ich weiß nicht, wieso das so ist, so Häuser und da gibt es dann Hausnummer, weiß ich nicht, 500, A, B, C und die 6, natürlich. Und da hat er mir die Hausnummer ohne irgendeinen Buchstaben gegeben und ja, habe ich erst irgendwo geklingelt, habe das nicht gesehen. Hat dann jemand vollkommen Fremdes aufgemacht oder Falsches aufgemacht, PC-Häuser? Naja, man nicht. Habe ich dann eben auf den Briefkasten geguckt, ach, das ist ja A, so mit dem Etikettiergerät da draufgeklebt. Und dann, ja, wo muss ich denn hin? Ja, ja, das ist doch um die Ecke. Ja, okay, also um die Ecke geguckt. Da war auch eine Haustür, da stand nichts dabei, geklingelt, kam nichts. Und dann nochmal ums Haus irgendwie rum oder so, richtig komisch. Und zum Glück hatte der Verkäufer eine Nummer drin, habe ich dann eben angerufen und dann, ja, musste da an der Funkklingel klingeln. Das hatten die auch nicht betitelt irgendwie. Also richtig, richtig komisch. Warum macht man sowas? Warum macht man nicht einfach alle Hausnummern naheinander? Aber am besten auch chronologisch und nicht erst 1 bis 20 und dann die 21 wieder 500 Meter weit zurück. Naja, so ist das halt hier. Das Leben in den Bergen rüstet, ja. Ich fahr da mal nach Münster, gell? Der PC haben wir jetzt hier mal verstaut, neben dem Bier. Dann kann ich es auch nicht vergessen mit reinzunehmen. Das ist auch eine sehr gute Sache. Da, wo ich ihn gerade abgeholt habe, hat er tatsächlich gefragt, ey, machst du nicht YouTube oder so? Also er wusste nicht, wie ich heiße, aber er kannte das Gesicht. Vielleicht auch Andreas Gavalier, man weiß es nicht. Guck mal, anders, wir haben meine Lieblingssträhne. Da gerade noch hier so ein Auto beim langsamer werden. Also das sah aus wie ein Neuwagen. Das macht der Golf ja auch manchmal, aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und nun ist es weg. Vielleicht liegt es auch am Wetter. Ich schaue nochmal, ob es hier irgendwas Cooles gibt. Ich habe sogar den Suchradius erweitert von 40 auf 50 Kilometer. Ja, und dann hoffe ich, dass da noch was Cooles dabei ist, während ich hier raste. Wie mich düngt, gibt es hier leider nichts Cooles mehr, aber dafür eine reine, eine GTX 970 für 50 Euro. Die ist allerdings schon zwei Stunden online. Ich habe mal angeschrieben, war aber glaube ich der 49. Aufrufer der Anzeige. Ich schätze, dass wenn ich überhaupt eine Antwort kriege, dass er dann schreibt, nee, leider hat sich gerade jemand anders die geschnappt. Ich meine, bei solchen Fällen, wenn irgendwas richtig günstig ist und man schnell sein will, einfach schreiben, ja, man kann nichts abholen. Fragen kann man dann beim Abholen stellen, eventuell. Weil wenn man jetzt erst fragt, ach, wie alt ist denn das Ding? Dann wurde die letzte Wärmeleitpastenwechslung durchgeführt oder so. Dann denke ich, oh nee, gleich der Nächste, der das Ding abholen will. Eventuell. Also man weiß ja nicht. Ok, ok, dann würde ich sagen, zurück in mein Atelier. Willkommen zurück im Atelier. Und ja, das ist die Ausbeute. Ich kann da nochmal eben nachgucken. Ob irgendwas bei der GTX 970 passiert ist. Nö, damit ist nix. Wie viele Aufrufe haben wir mittlerweile? 71. Oh, Philipp, das musst du im Nachhinein einmal überdecken. Da steht nämlich wieder eine Adresse. Zwar ohne Hausnummer, aber, oh Gott, warum machen Leute bei Ebay das? Da können die doch direkt vorbeikommen und einem auf den Sack gehen. So von wegen, ja, du hast das ja angeboten oder du hast geschrieben. Das heißt, du müsstest ja zu Hause sein. Ist mir, glaube ich, noch nicht passiert, aber muss mal aufpassen. Jedenfalls durfte ich feststellen, dass dieses Gehäuse eigentlich wohl neu ist. Also im Karton liegt immer noch die Folie dafür. Und 30 Euro dafür ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hier hinter befinden sich zwei Lüfter, die beleuchtet sind. Und ich meine sogar, da oben etwas zu sehen. Das Glas hier drauf ist tatsächlich echtes Tempered Blas. Saß. Ne? Schön zu sehen. Nö. Und hier hatte ich eigentlich gedacht, dass das so eine kleine Platine wäre, eventuell ein Treiber für die Lüfter. Und die scheinen beleuchtet zu sein, weil da irgendwas durchguckt. Das kann es rausnehmen bei Bedarf, vielleicht für große Festplatten oder auch nicht. Und die sind irgendwie miteinander verbunden, nämlich so. Ich weiß es nicht, da muss ich mich noch reinfuchsen. Da brauchst du übrigens keinen Schraubenzieher, um die Seiten abzunehmen. Die sind quasi eingeklipst. Kannst du so rausnehmen. Ist sehr, sehr schön, das Ding. Und was muss ich hier sehen? Ein bisschen rumgefuscht, wa? Und hier kommen noch extra Kabel raus. Was zum Henker? Oder warte mal. Die Kabel, die hier rauskommen, wären ursprünglich für einen Taster gewesen, schätze ich mal. Damit man den Farbeffekt oder den Irgendwie-Effekt ändern kann. Ein bisschen dunkel mit dem ganzen Dreck hier vor, aber ist ja egal. Solange das so funktioniert, bin ich da nicht übermäßig böse drum. Aber wenn man schon schwarze Kabel hat, warum nimmt man dann gelbes Isolierband? Und du bist der einzige Komplett-PC hier in der Runde. So sieht das Teil von vorne aus. Hier fehlt eine Klappe. Aber sonst kannst du erstmal nicht viel sagen. Muss mal sauber gemacht werden. Da haben wir dann unsere SSD-Sitzen, angeschlossen über Mini-PC-Express. Äh, über, oder ja, Mini-PC-Express oder Mini-SATA. Unser Lieblings-Netzteil von FSP Group. Also ernst gemeint, ich mag die Dinger. Und dann unsere 1TB-Platte. Wenn du Strom kriegst, gehst du von alleine an. Boah, ist aber auch, ne? Der ist, glaube ich, wohl ein Stück lauter schon. Da lohnt sich das ab und zu mal, den Saugäumel reinzuhalten. Oh, Deutsch und Polnisch. Das ist toll. Da wollte ich mal einfach so checken, okay, läuft das alles wohl irgendwie? Und wie wir hören, äh, hier haben wir ein Flugzeug-Turbinchen am Laufen. Das ist die Grafikkarte. Und hier hinten kommt keinerlei Luft an. Also, ganz, ganz bisschen vielleicht. Temperatur ist jetzt bei 78, 77 Grad. Oh, und es wird noch weiter. Äh, noch, noch mehr. Echt toll. Also, ähm, so was kann passieren bei Ebay. Machst du eben sauber, äh, werden wir dann sehen. Wenn der Verkäufer hier zuschaut, wenn du davon wirklich nichts wusstest, dann, dann ist das so. Aber, den PC dann so zu verkaufen, naja. Ich hatte den Verkäufer nochmal angesprochen darauf, dass der PC ganz schön laut wäre. Und er sagte nur, er hätte selber keine Ahnung davon. Und, äh, wenn das für mich ein großes Problem wäre, würde er das Teil auch zurücknehmen. Also, von daher eigentlich alles gut. Ich finde nur, das hätte man vorher irgendwie sagen können. Deswegen, das ist noch eine weitere Frage, die man stellen könnte, wenn man sich PC-Teile kauft, um eventuell so noch den Preis zu drücken. Natürlich, wenn man weiß, wie man den PC sauber macht, dazu habe ich auch mal ein Video hier verlinkt. Ich werde speziell zu dem, äh, zu dem PC noch ein Video machen gleich, glaube ich. Und die GTX 970 habe ich natürlich nicht bekommen können. Er hat zwar einmal geantwortet mit einem stumpfen Ja, so auf die Frage, wann ich das abholen könnte. Man kann nichts abholen. Ja. Okay. Aber, äh, ja, wie gesagt, habe ich mir schon vorgestellt, dass ich das Teil nicht kriegen sollte. Äh, Zusammenstellung, Zusammenbauen oder Installation mache ich vielleicht später des Tages. Aber mehr als nur Windows installieren, werde ich gerade nicht tun können, weil unser Internet hier gerade nicht funktioniert. Ich schätze mal, in irgendeinem Unity-Media-Verteilerkasten oder Vodafone-Verteilerkasten befindet sich gerade ein wenig Wasser. Ja. Und deswegen kommt hier auch nichts an. Ich werde das Video, äh, hochladen können. Ich habe noch eine alte Aldi-Talks im Card und da gibt es irgendwelche, äh, wie heißen die Dinger genau? Genau, Surf-Tickets. Da kriege ich dann für 3,99, 10 GB Datenvolumen für einen Tag, nicht für den ganzen Monat. Und das werde ich wohl in Anspruch nehmen. Da kann ich hier ein, zwei Videos hochladen, vielleicht noch selber was gucken. Und, ja, später muss das dann nochmal erweitert werden für einen Tag. Das ist das Billigste, was mir gerade einfällt. Es gibt mit Sicherheit günstige Tarif, aber bis die SIM-Karte dann hier ist, von irgendeinem günstigeren Tarif und aktiviert und so weiter und so fort, da brauche ich sowieso Internet für. Geht zwar mit dem Handy, aber, ne, das wäre ein, ne, wird sich nicht lohnen. Ich schätze mal, in 2, 3 Tagen ist das Internet wieder da und wenn nicht. Ich habe mir übrigens mal, äh, es gibt da so Störungswebseiten, ne, da wird dann die Firma ums Übelste beleidigt. So von wegen, äh, hä, sowas kann passieren, sollte nicht, aber ist ja auch in deren Interesse irgendwie, dass die Kunden dann später wieder zufrieden sind. Vor allem, ich bin nicht der Einzige hier. Ne, das kommt von ganz alleine, da bin ich mir sicher. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst wieder. Und bis dahin, ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020